Hallo ihr Lieben, heute machen wir den Line Dance Hold Me Now. Es geht los. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 und 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 und 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. 1 und 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Schritt, Point, Schritt, Point. Jazzbox und ein Chassé beginnt. Chassé nach rechts, Rückplatz, verzögern und Rückplatz. Kickball, Change, Kickball, Change. Vorwärts Wiege, Shuffle, Turn, Shuffle, Turn. Coaster, Step, Vorwärts Wiege, Shuffle, Turn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 und 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 und 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. 1 und 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Es gibt zwei Tags. Der erste ist bei der fünften Wand und der zweite bei der neunten. Sie sind unterschiedlich lang. Also der erste geht los und wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also es ist ein Restart und kein Tag. Und beim zweiten Mal, es ist so bei der Wand 9, da tanze ich 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und wir gehen dann von vorne. Immer wünsche ich euch ganz viel Spaß. Tschüss. Dann sch merken Sie sich noch. Und beim zweiten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020